Ein Hallo meine Lieben und Willkommen zum nächsten Part von Happy Wheels! Ja, lang, lang ist her, dass der letzte Part kam. Ich weiß, ich hab nie Lust, das mit der ganzen Webcam-Scheiße und so zu machen. Da bin ich immer so, wo ich mir denke, nee, kein Bock jetzt aufzunehmen, weil man mit der Webcam dann alles zusammenschneiden muss. Ja, ich bin ein wenig aufnehmen-faul. Naja, aber ich hatte auch in der letzten Zeit viel zu tun. Batman Arkham Origins muss ich aufnehmen, etc. Naja, auf jeden Fall, wir machen weiter mit Happy Wheels! Ja, heute hab ich mir so an sich eigentlich gar kein großes Thema ausgedacht. Ich möchte da einfach mal mit euch sprechen über so die Medien und was es da so für Berichte gibt, die, sag ich mal, mit falschen Informationen daherkommen. Und, ja, was ich ja eigentlich ziemlich Käse finde. Und deswegen gehen wir mal auf Play, beziehungsweise auch nach Bros-Levels. Ja, wir suchen jetzt erstmal, ich hab das wieder vergessen, selber zu machen. Gehen wir mal ein, nee, wir gehen mal ein JT und dann Night. Ja, worüber können wir zum Beispiel anfangen? Ich hab da mal vor einem halben Jahr einen Bericht gesehen. Oder, nee, fangen wir mit dem Klassiker eigentlich an. RTL, äh, exklusiv und den Bericht über die Gamescom 2012 und über die, ähm, Gamer. Ja, es ist ja eine altbekannte Sache gewesen, dass die da wirklich gesagt haben, Gamer sind nicht duschende Zocker, die bei Anblick des Tages nicht explodieren. Okay, das hab ich von Stupidpedia jetzt, aber wir müssen mal gucken. Gib mal ein, ähm, Noob oder Nerd bei Stupidpedia. Ist ziemlich witzig, der Artikel. Weil, naja, auf jeden Fall, die halt gesagt haben, dass, ähm, wirklich Zocker eigentlich nie ans Tageslicht gehen. Nur zocken, Fastfood essen, sich nicht pflegen, nicht darauf achten. Und, äh, ja, ich mein, dann haben sie da auch ein paar Beispiele gezeigt. Und, also, in einer, also, ich kann RTL eigentlich nur Recht geben irgendwo. Sie haben Recht, es gibt, äh, also, sie haben Recht, dass es Zocker gibt. Okay, und, ja, definitiv kein Level, dann gebe ich halt nur Night ein. Äh, also, RTL hat in dem Sinne Recht, dass Zocker echt zum Teil oder Gamer nicht viel auf sich Wert legen. Damit, finde ich, sind aber eher so diese Hardcore-Zocker gemeint. Und, ich sag mal so, die Leute, die sie da auf der Gamescom ausgewählt haben, das waren ja auch wirklich eine Ausnahme. Also, sie haben sich da ja wirklich so ein paar Ober-Nerds rausgesucht, die ja wirklich nicht darauf achten. Aber, ich meine, so ein Durchschnitts-Zocker wie ich oder meine Freunde, wir legen Wert aufs Äußeres. Wir haben den Real Life, wir haben alles. Und, äh, ich finde, RTL hat so an sich Recht, aber sie verallgemeinern es zu sehr und meinen, sagen zu müssen, ja, dass jeder Zocker so ist. Und, äh, das ist ja nicht in Ordnung. Und, ja, es ist generell, wird ein falsches Bild von uns Spielern einfach im, äh, im Internet oder im Fernsehen dargestellt. Nach dem Motto, wir sind dumm, wie, wie, wir würden nur vom Rechner und wir hätten keine Ahnung und Ego-Shooter machen, äh, aggressiv. Äh, ich würde sagen, League of Legends macht bei mir mich viel mehr aggressiv. Keine Ahnung, nee. Nee, auf jeden Fall, ja, das ist so eine Sache, die ich einfach nicht gut heißen kann, wenn die Medien da so auch Dinge sagen, die nicht richtig sind. Dazu komme ich jetzt gleich auch noch. Nämlich, da gibt's genügend Sachen, wo wirklich die Medien was erzählen, was von vorne bis hinten nicht stimmt. Beziehungsweise, wo gesagt wird, ja, Ego-Shooter machen aggressiv und es liegt da und daran. Und ich komme auch noch auf diese Amokläufe zu sprechen gleich. Ähm, wo ich mir immer denke, ja, meine Güte, ein Amoklauf, das hat auch viel mit den, hat mit den familiären Hintergründen zu tun. Und das hat was mit der Psyche des Kindes zu tun, das hat was mit der Schule zu tun. Wurde es gemobbt, hat er schlechte Noten, war es in der Familie, lief da irgendwas schief so. Und klar sucht sich ein normaler Jugendlicher ein Ventil. Und ich meine, welcher Jugendliche zockt denn, äh, heutzutage nicht irgendeinen Shooter? Und wer baut dann da nicht Fusser und denkt sich, boah, ja, das ist jetzt hier gerade mein Lehrer, Gipsel, an der mir nur schlechte Noten gibt. Ich meine, ich, ich mache sowas nicht und ich denke mal, die meisten von euch machen es auch nicht. Aber es ist so, dass der hier gerade Knäffels finden will. Ich sollte das wirklich vorher machen. Ähm, es ist einfach so, dass, ja, das, das hätte auch jedes andere Spiel sein können. Man könnte jetzt auch, äh, sorry, there's a problem. Ja, haha, dass da ein Problem ist, das merke ich gerade auch. Das ist ja echt zum Kotzen. Äh, ich suche jetzt nochmal. Und, ähm, ja, wo ich einfach sagen muss, ich meine, es kann ja, es kann ja nicht sein, dass, ähm, ja, ich meine, das könnte auch genau so ein anderes Spiel sein. Was ist denn jetzt, wenn irgendwann mal jemand bei, äh, My Little Pony dann das gezockt hat? Wird dann auf dem Rech, ich wette, mit euch, wenn man auf dem Rechner von einem Amokläufer guckt, dann, das ist ja bestimmt auch ein Spiel, sagen wir jetzt mal, My Little Pony, 85 Stunden gespielt, ein Ego-Shooter, 300 Stunden. Ja, der war auch My Little Pony-süchtig. Vielleicht hat er ja gedacht, die pinken Ponys, die muss man jetzt alle töten, keine Ahnung. Irgendso eine Kacke, die ich mir gerade aus dem Hirn, äh, aus, aus dem Hirn denke. Oh Gott, ja, mein Deutsch, ne? Ja, aber, ja, es ist einfach so, keine Ahnung, was sich da die Leute immer bei denken, so sagen zu wollen, ja, Amokläufer, das liegt ja an den Shootern. Und, da, ich, ich, ich hasse das so, also, da sträuben sich mir immer die Nackenhaare, wenn ich welche hätte. Ja, und, äh, ich finde es gerade Wahnsinn, wie toll der doch was findet für uns. Ich, ich sollte es wirklich demnächst vorher machen, ich, 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 ich denke einfach nie dran, also, äh, ich meine, der Part geht jetzt schon drei Minuten oder so, und ich habe noch nichts gemacht. Och, er hat was gefunden, ich glaube es ja nicht. So, ähm, dann schauen wir doch mal. Wie gesagt, ich hatte euch ja gesagt, ihr solltet das reinschreiben. Äh, gut, jetzt werde ich hier gerade, äh, bei TS angeschrieben. So, schauen wir doch mal, hier ist ein kleines Pogo-Level. Hatten wir das schon gemacht, Paluten und Nile 7? Nein, das hatten wir noch nicht. Gott, ich hoffe, ich kann das Spiel noch. So, das können wir irgendwie doch hin. So, und diesmal werden wir nicht den Fahrradfahrer, wie wir das denn im einen Part hatten. Ah, mal neben Salto machen. So, ein Radio. Könnt ihr mir mal schreiben, was ihr gerne so für Musik hört. Jetzt nicht die Musiktitel, sondern eher so das Genre. So. Hui. So. Und da ist die Toilette der Verdammnis. Ja, komm schon. Na, jetzt ist die Toilette kaputt. Das schöne Porzellan. Weil ich so kreativ bin, ja. Weil du so blöd bist, weil du eine Frau bist, weil du nicht blond bist. Mann, ich bin echt nett zu meinen Abonnenten. Ey, komm schon. Geht doch. So. Und hui. Ja, Victory. Super gemacht, Laura. Interessantes Level. Und ja, kommen wir jetzt einfach mal auf RTL noch zu sprechen. Beziehungsweise diese Berichte. Es wird dann immer erzählt, ja, Jugendliche verdummen durch die Medien. Okay, wenn man sich mal das Nachmittagsprogramm auf RTL und Sat.1 und so anschaut, dann kann man da auch eigentlich nur sagen, sie verdummen. Aber wenn man generell danach geht, ja, es ist verdummend. Ach, warte, Leute, ich suche uns erstmal ein neues Level aus. Night sucht. Den Shop weiß ich auch nicht mehr. Auf die Leertaste hast du einen Boost, aber eigentlich brauchst du den nicht. Gut, machen wir das Level doch mal. Okay. Ha. Ich hab ein Bein verloren. Cool. Ach man, Laura, du bist so unfallschämt zu mir. Du verspottest mich nur. Du bist so blöd. Ich mag dich nicht. Ja, auf jeden Fall ist halt so dumm. Durch RTL, dann wird, oder, ich will gar nicht RTL sagen, sonst, nee. Sondern generell durch diese Sendungen, wie auch bei Frontal 21, wo dann gesagt wurde, diese Free-to-Play-Spiele, ähm, Pogo Jump Night, ist das jetzt für mich? Pogo Jump Night, das könnte gut für mich sein. Ähm, wenn dann auch so gesagt wird, ja, Free-to-Play-Games sind Abzocke. Ich schicke euch einen Link von dem Video von Frontal 21 rein, von wegen, also, was da drin stand. Äh, also, ach, den, ja, den Bericht, Leute, meine ich. Und, äh, ja, was zum Teufel, leben wir noch? Wir leben noch. Cool, YOLO. Was auch immer da jetzt gerade schief ging. Was war das? Komm schon, komm schon, Scheiße. Ja, ohne Beine lebt sich's gut. Naja, ob wir das jetzt nochmal schaffen. Unsere Beine sind eingequetscht. Nein, komm schon. Nicht, nein, Scheiße, komm schon. Nein, unsere Beine sind wieder eingequetscht. Ja, einmal und... Ach, komm. Mann, du blöder Krüppel. Jetzt komm schon. Ah, nein, Scheiße. Ah, komm schon. Ja, nee, das machen wir nochmal, das Level Restart. Ja, auf jeden Fall. Wenn dann, wird da gesagt, dann, da war da so ein Mädchen, das hat Horse gespielt. Ist so ein Browser-Game, wo du auch so deine gekünstelten, hässlichen Dreckspferde züchten kannst. Im Echten Leben sind Pferde natürlich gar nicht viel schöner. Nein, nein. Man macht's lieber online. Ja, auf jeden Fall. Und dann wurde halt gesagt, dass das Kind da immer öfters dran war mit 12. Und ja, dann gab's ja auch eine 0900-Nummer, mit der man sich so Pferdepässe kaufen konnte, damit man im Spiel schneller vorankommt. Den kennt man ja wahrscheinlich so von wegen, äh, baue das und das Gemüse an für das Pferd. Das dauert dann 8 Stunden und mit so einem Pass kannst du das wahrscheinlich... Oh, hab ich gerade so viel mehr Brüche. Warum fliege ich zurück? Äh, kann man das natürlich dann verschnellern. Äh, naja, auf jeden Fall. Und dann hat... Das kostete 2,50. Äh, nee, das kostete 2,50... Doch, 2,50 so ein Pass. Äh, genau. Und, äh, das hat die, glaube ich, wie oft gemacht... Warum sterb ich da immer? Naja, wir haben's geschafft, immerhin. Ähm, da wurde dann, glaube ich, gesagt, oder so ein Pferdepas kostete 2 Euro und das hat die dann 250 Mal gemacht oder so. Ach, keine Ahnung, wie oft, ich weiß es auch nicht genau. Oder es hat 5 Euro gekostet, 2 und 250 Mal. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall. Äh, kam dann, hat die dann mit 0900-Nummer, das ist ja so eine Nummer, worüber man das dann bestellen kann. Hat sie immer mit dem, äh, Telefon ihrer Mutter angerufen und, äh, hat dann, ja, darüber... Ähm, so... Was gibt's denn hier noch, bevor ich jetzt weiterrede? Ähm, ähm... Wie gesagt, hat ihr euch ja... Night, mehr, aber das hatten wir schon. Night 2 hatten wir auch schon von Tobi. Date Night, Paluteneid, Appianate Night, Paluteneid, Paluteneid, ne, Paluteneid... Ja, ansonsten habt ihr anscheinend noch nichts erstellt. Naja, machen wir mal wieder die Level... Ihr hattet ja gesagt, man kann... Ah, Show, Favorites, könnt ihr mal gucken. Äh, genau, das war dieser iDevil-Typ hier. Äh, ne, was habe ich jetzt geöffnet? Das wollte ich nicht. Ähm, ich wollte... View... Levels by this author, genau. Hm. Ich glaube, der müsste aber mehr finden. Browse Levels. Hm, wieso findet der jetzt nur das? Eigentlich müsste der mehr finden. Äh, naja, egal, wir gehen mal nach Rating einfach. Ähm, und dann... Everyone. Äh, wieso... Ne, nicht Show, Favorites. Achso. Achso, ich glaube, ich weiß, wie wir das machen. Ähm. Ja, auf jeden Fall, dann hat das Kind, nur um es mal weiter vorzufinden, hat das Kind sich diese Pferdepässe gekauft und dann haben die Eltern einfach die Rechnung bekommen. Ist ja ganz klar. Und so ein zwölfjähriges Mädchen weiß das ja noch nicht so genau. Ähm. Ähm. Und, ah, jetzt haben wir alle Level, genau, so wollte ich das haben. Der Color Level. Machen wir das mal, vielleicht haben wir das schon mal, bin wir nicht sicher. Ne, Color Level, jump to my Color Level. Green shapes are safe. Äh, green shapes are safe, red shapes are dangerous. Jump. Ja. Jump und ich springe nicht. Naja. Auf jeden Fall, und dann haben die Eltern halt, ähm, das bekommen, halt die Rechnung und haben dann aber auch Ubisoft angeschrieben und meinen, das ist ja eine Frechheit, dass man hier, das ist ja höchst kriminell mit dieser Nummer und Kinder könnten ja ganz einfach anrufen, wo ich mir denke, naja, ein zwölfjähriges Kind muss ja wohl einigermaßen intelligent sein, um zu blicken, dass, sag ich mal, äh, was müssen wir eigentlich machen? Ich bin irgendwie zu blöd, dafür hab ich das Gefühl. Ah, okay. Äh, wo ich mir gedacht habe, okay, so geht's auch, äh, wo ich mir dann so gedacht habe, ja, ganz ehrlich, ich meine, du musst als Elternteil einfach dich dann informieren, was dein Kind spielt, und so eine 0900-Nummer kann man ganz leicht bei seinem Anbieter sperren lassen, also alle Eltern, die das Video gerade gucken, hier, ihr könnt bei eurem Anbieter anrufen und könnt dann das schriftlich festlegen, äh, oder halt generell telefonisch auch festlegen, dass ihr die, ähm, dass die 0900-Nummer gesperrt werden, und wenn man dann 0900-Nummern anrufen will, dann kommt halt eine Meldung, das ist gesperrt, hast du nicht gesehen, so. Und dann haben die Eltern halt Ubisoft angeschrieben, ich glaub nicht, ich weiß, ob sie die verklagt haben, ich glaub nicht, und meinten dann so, ja, ja, das ist ja höchst kriminell, und dann hat Ubisoft dann auch einmal die Nummer rausgenommen und hat, ähm, also einmal diese 0900-Nummer rausgenommen, beziehungsweise dass man nur noch einmal anrufen konnte, wenn man die Seite aber wieder neu gelandet hat, konnte man wieder unendlich oft anrufen. Das war so nur so ein kleiner Trick, und das fanden die Eltern halt total, äh, kriminell, hast du nicht gesehen, und die achten jetzt mehr da drauf, und auf ihre 500 Euro wachten sie immer noch, äh, wo ich mir aber so ehrlich gesagt denke, ich meine, okay, klar, ein zwölfjähriges Kind blickt dann auch nicht so ganz durch die, ähm, Mechanik durch, wie das alles so funktioniert, aber ich sag irgendwo auch mal, ich meine, ein zwölfjähriges Kind weiß auch, wenn es 2,50, äh, sag, also ich, ich meine, ich, ich, ich rede ja mit Zwölfjährigen auch immer, warum legt das immer so, ich rede ja mit, mit Zwölfjährigen auch, äh, oh, what the fuck, ich rede ja mit meinen, äh, Abonnenten auch, und die sind ja auch so Teil zwölf, dreizehn, und, äh, ich kann mir einfach nicht, also ich meine, keiner ist so blöd, ich meine, wenn er 2,50 Euro steht, äh, what the fuck, wenn er 2,50 Euro steht, dann, äh, weiß ich ja wohl, ja, super, hallelujah, it's raining, man, oh man, ach so, okay, äh, lol, ich bin gestorben, nein, ach, ich bin tot, das ist nicht jetzt gerade erst, warum bin ich tot, naja, auf jeden Fall, obwohl ich mir dann denke, ich meine, ganz ehrlich, so ein Kind muss ja wohl einfach, äh, so schlau sein, eben nicht bei sowas anzurufen, das kann ja nicht wahr sein, ähm, dass man dann das 500 Mal macht, ich meine, so schlau muss ja wohl ein, äh, Kind sein irgendwo, und, äh, ja, auf jeden Fall, danach ging es dann halt weiter mit, äh, Free-to-Play-Spielen, da meinten sie auch, ja, und auch League of Legends wäre so ein Spiel, ähm, wo die Runde, äh, das wäre ein MMO-Bar, oder wie sie, Moba-Game, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, aber das wäre ja so ein Game, und, äh, da, auch da könnte man, ähm, sich mit, mit echtem Geld Extras kaufen wie Schwerter, und als ich das gehört habe, ich bin ausgetickt, nee, davor, genau, davor haben sie noch gesagt, auch League of Legends ist ein Spiel, äh, wo man den gegnerischen, äh, Nexus zerstören muss, und so eine durchschnittliche Runde geht einen 90 Minuten, also eineinhalb Stunden, und auch in League of Legends kann man, ähm, und auch in League of, und auch in League of Legends kann man, äh, Extras wie zum Beispiel Schwerter hinzukaufen, wo ich mir dachte, ich meine, was, okay, das ist glaube ich nur so ein Erklärungslevel hier, da habe ich mich wirklich gefragt, was für einen Bullshit erzählen die da, ich fand ZDF immer gut, und finde es auch momentan, äh, ich finde es auch generell noch gut, so den Sender, aber ich dachte mir, wie kann Frontal 21 nur so dreist lügen? Ich meine, Extras wie Schwerter, League of Legends besitzt wirklich einer der fairesten Free-to-Play-Modelle, die ich eigentlich kenne, weil, es gibt ja League of Legends, für alle, die League of Legends spielen, kennen das ja, es gibt ja Runen, so, Runen, die sollte man eigentlich erst ab Level 20 kaufen, weil es dann die Level 3 Runen gibt, und was mache ich hier eigentlich, äh, weil es dann die Level 3 Runen gibt, und, äh, die sind auch das Level, gibt es die Level 3 Runen, und, ähm, so, die kann man halt kaufen, zum Beispiel, dass man mehr Attack Damage hat, hast du nicht gesehen, und, äh, was kann ich dann wirklich sagen, äh, das ist einfach so eine Lüge, ich meine, das ist einfach nicht so, es entspricht nicht der Wahrheit, man kann keine Schwerter kaufen, ähm, und jetzt mal auf die Runen zurückzukommen, es ist einfach so, dass man mit den Runen, äh, die kann man nur mit echtem, äh, nur mit Ingame-Geld kaufen, und das ist wirklich das Coole, und es ist nicht klar, dass man hier übergeht, ähm, aber, wir sind, glaube ich, tot, ja, und das ist einfach das Coole, dass man wirklich nur mit Ingame-Geld sich die, ähm, ähm, sich die, äh, Sachen kaufen kann, und das finde ich gerade gut, es ist nicht so, dass man irgendwie sagen kann, okay, ich bin Level 20, ich kaufe mir jetzt für 30 Euro Riot Points, und kaufe mir dadurch Runen, und habe schon einen totalen Vorteil gegenüber meiner anderen Leute, ne, es ist so, man muss sich das mit Ingame-Geld kaufen, das heißt, wenn man jetzt, sage ich mal, natürlich sich die ganze Zeit Geld angespart hat, kann man natürlich auch von Mios direkt am Anfang sich alles holen, aber du musstest es wirklich ansparen, dafür kannst du dir dann halt zum Beispiel keine neuen Champions kaufen, und das ist das Gute, das Einzige, was man sich mit Riot Points holen kann, sind Runenseiten, einfach um sich mehrere Runenseiten, äh, zu erstellen, zu können, dann kann man sich Skins kaufen und Champions kaufen, so, ein Champion zu kaufen bringt dir keinen Vorteil, du kannst eh nur ein Champion spielen, und, äh, ja, das bringt dir keinen Vorteil, wenn du alle hast, also, ja, okay, du kannst, ja, du kannst verschiedene spielen, aber es sind auch immer wieder, äh, welche Free-to-Play, also, da, das bringt eigentlich gar keinen Vorteil, meiner Meinung nach, so, ähm, und dann kann man sich noch Skins kaufen, die bringen dir ja auch keinen Vorteil, die sehen einfach nur schick aus, so, und deswegen bietet League of Legends einfach sowas Cooles, und, äh, der andere Aspekt ist, dann wurde dann, dann war da so ein Junge, der war 14, und da wurde dann gesagt, ja, ähm, der, äh, kriegt dann Drohmails, oder so, wo ich mir dachte, ah, ja, der kriegt also Drohmails, ähm, äh, das wäre dann, äh, eine Drohmail, die wurde dann auch gezeigt, von wegen, du wärst ein Feigling-Essen-Grades, weil du das Spiel verlassen hast, wo ich mir so dachte, ja, klar, wenn du das, also, ich hab bis jetzt noch nie so eine E-Mail bekommen, äh, ich bekomm höchstens eine E-Mail von wegen, dein Verhalten war nicht richtig, weil ich flame, höhö, höhö, what the fuck, naja, auf jeden Fall, und ich hab noch nie so eine E-Mail bekommen, wenn du natürlich alle zwei Spiele, alle, alle zwei Games, die du machst, äh, natürlich immer eins liebst, und, äh, sag ich mal, ja, stopp hier, Witzball, ganz sicherlich nicht, äh, äh, wenn ich, wenn man dann natürlich von, äh, zwei Games immer eins lieft, ist das ja ganz klar, dass da Riot irgendwann sagt, ähm, hier, Kopf ab, äh, dass die dann irgendwann sagen, du bist ein Feigling-Essen-Grades, und das ist ja auch nur eine nette Gemeinde E-Mail, Riot ist jetzt nicht so, dass du da, äh, direkt gebannt wirst, also, da musst du schon echt, aah, kann schon, äh, viel für machen, also, ich wurde schon so oft, äh, hab ich, sag ich mal, eine Mahnung bekommen, wegen, dass ich geflamed habe, aber man wird so schnell nicht gebannt, meiner Meinung nach, und die alle, die mir jetzt was anderes erzählen, ja, tut mir leid, dann ist bei euch etwas schiefgelaufen, aber, nein, 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 ich muss warten, nein, scheiße, au, ah, ist nur mein Bein, ah, ist nur mein Arm, oh, ja, wir haben es geschafft, super, und, geschafft, jawohl, klasse, und da muss ich dann wirklich sagen, der arme Junge auch, vor allem, wie der gemobbt werden muss, ich meine, äh, der erzählt da irgendeine völlige Scheiße, das ist doch einfach, ähm, was muss ich jetzt hier machen, achso, na, das ist wieder, what the hell, ja, das ist wieder so ein Level, die sind eigentlich ganz witzig, äh, wie hält man sich denn nochmal fest, ah, auf Leertasse, ne, genau, ah, wie das aussieht, hilf, nein, komm, fall, fall, fall doch, naja, und als er zerfetzt wird, hui, ah, ah, ist nur mein Arm, Leute, ist nur mein Arm, hui, ja, das hat geklappt, ne, und da ist wirklich so diese ganzen Berichte, ich schaue sie mir manchmal echt gerne an, nur um zu gucken, äh, was da wirklich für eine Scheiße erzählt, und auch generell so Berichte, von wegen über Jugendliche, und was die so sich anschauen, und hast du nicht gesehen, äh, ja, das ist einfach so, 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 wirklich, das, das gibt den Eltern so ein ganz falsches Bild, und deswegen gibt, es gibt so eine Elternladen, da können dann mal Eltern so einen ganzen Abend zocken, also, und dann werden die halt so von, äh, wirklich von Jugendlichen, und aber auch so von, äh, Spielpsychologen, äh, sag ich mal, betreut, die, denen das so ein bisschen vor Augen führen, und, ähm, ja, ich finde das einfach zum Teil wirklich so ein Bullshit, der da erzählt wird, so von wegen, ja, die, die, die Kinder werden dadurch aggressiv, und das ist gar nicht gut, und überall lauern Gefahren, ich meine, ganz ehrlich, du musst mit zwölf einfach selber den Durchblick haben, und wenn du als Mutter nicht sagst, okay, ich kontrolliere meinen, so, ich kontrolliere, was mein Sohn da im Internet macht, und ich sperre 0900-Nummern, also, das ist genauso wie mit den Kaffeefahrten, ähm, das ist genauso, was, wenn du heutzutage noch auf, also, es sind ja vor allem ältere Leute, die heutzutage dann noch auf eine Kaffeefahrt reinfallen, von wegen, ja, da wurden wir ganz hart abgezockt, äh, wo ich mir denke, ja, ganz ehrlich, heutzutage ist die Aufklärung so groß über, über diese Free-to-Play-Sachen, über Kaffeefahrten, da kann man mir einfach nicht mehr erzählen, dass man darüber nichts weiß, und generell, das ist meiner Meinung nach einfach fauler Ausreden von den Eltern, und da finde ich passt der Spruch, Dummheit schützt Verstrafe nicht, und wenn, wenn die zu blöd sind in 0900-Nummern zu sperren, die Eltern, oder, äh, zu gucken, was das Kind da, sag ich mal, äh, spielt, und was es da kauft, ja, dann tut mir leid, das sind doch die Eltern schuld, und meiner Meinung nach, wie die Eltern auch aussehen, ja, tut mir leid, das sind sie wirklich selber schuld, sollen sie ihre, ihre Drecksgöhre besser im Zaun behalten, äh, und, ja, ich, ich sag das ziemlich hart, aber ich hab dafür einfach null Verständnis, wenn, sag ich mal, Eltern, die einfach null Ahnung haben von irgendwas, was in diesem, in diesem Bereich abläuft, meinen, dann so, in so einem Video auftreten zu müssen, als ob sie hier die größten, äh, als ob sie die größten Betrugsopfer geworden wären, weil ihr armes, armes Kind, äh, über eine 0900-Nummern mit zwölf Jahren zu blöd war, zu blicken, dass das irgendwann auch auf die Rechnung der Eltern kommt, und, äh, dann natürlich auch irgendwann Konsequenzen haben wird, aber nein, es ist natürlich Ubisoft schuld, die armen Leute bei Ubisoft, die wollen ja auch nur ihr Geld verdienen, wie können die es nur wagen, in der heutigen Zeit sowas zu machen, ne, Leute, also wirklich, wie geht das nur, und schaffen wir's mal, ja, wir haben's geschafft, endlich, und, ja, das ist einfach meine Meinung dazu, es mag ziemlich hart sein, und generell, äh, hab ich jetzt ziemlich kurz und quer gequatscht, glaube ich, aber ich denke mal, ich konnte vielen bestimmt, äh, mit meiner Meinung auch, äh, also, konnte, es konnten sich sicherlich viele mit meiner Meinung identifizieren, und ich würde mich freuen, schreibt mir bitte in die Kommentare, was haltet ihr davon, von dieser Medienverdummung, wie findet ihr das eigentlich, findet ihr, manchmal haben die Medien recht, dass sie sagen, ja, äh, es werden wirklich zocker manchmal blöd, würdet ihr aber auch sagen, also, ich, äh, schreibt mir in die Kommentare, findet ihr es gut, dass die Medien solche Dokumente dazu machen, beziehungsweise, äh, würdet ihr es besser finden, wenn sie's aufklärungsreicher machen, also, wenn sie nicht nur in dem Bullshit erzählen, sondern würdet ihr die Sendungen mögen, wenn sie, sag ich mal, die Wahrheit erzählen, wie steht ihr zu einem Free-to-Play-Quatsch, und, wenn ihr zwölf seid, sagt mal, äh, seid ihr, also, habt ihr schon, habt ihr schon mal solche Erfahrungen gemacht, also, ich, ich bin da keinem böse, dass ich den jetzt aussah, von wegen, haha, du Noob, ne, aber schreibt mir mal in die Kommentare, seid ihr vielleicht irgendwann mal zwölf, dreizehnmal auf sowas reingefallen, dass ihr aus Versehen über so eine 0-900-Nummer angerufen habt, und eure Eltern hatten später eine dicke Rechnung, würde mich interessieren, schreibt's mal in die Kommentare, was ihr so von den ganzen Sachen haltet, und, ähm, einfach über, schreibt mir einfach eure Meinung zu dem Thema, was ich gerade mit euch besprochen habe, würde mich freuen, würde mich mal doch noch umfreuen, vielleicht schafft mir wieder die 50 Likes, verbreitet das Video, wenn ihr möchtet, über dieses Thema, das interessiert sicherlich einige, waren mal wieder ein paar lustige Levels, bitte erstellt mir weiter Level, äh, nennt sie aber wirklich, ähm, und ich sage jetzt Y-T, nicht mehr J-T, das habe ich aber letztes Mal falsch ausgesprochen, nennt es J-T und dann Leerzeichen Knight, von mir aus dahinter, äh, irgendwas anderes, und, oder, oder schreibt mir einfach in die Kommentare, bitte, ähm, schreibt mir in die Kommentare, äh, schreibt mir in diese Author-Comments, ne, rein, hier, das ist für Knight von YouTube, schreibt mir das bitte da rein, damit ich das sehe, weil die Namen, das sind so, das sind so viele Level mit Knight, und da blicke ich dann einfach nicht durch, das, oder, und schreibt mir einfach in die Kommentare dann hier, so ist mein Autorname in, äh, Happy Wheels, da so heißt mein Level, und hast du nicht gesehen, dann weiß ich das einfach, und nun ja, ich würde sagen, ich freue mich auf eure Meinung in den Kommentaren, verbreitet das Video, würde mich mal einen Daumen nach oben freuen, und wir sehen uns im nächsten Part von Happy Wheels wieder, bis dahin sage ich, ciao, Leute.